So, das letzte Video, also das letzte oder das letzte Video für heute, das habe ich noch gefunden und zwar finde ich den Titel sehr geil und zwar Monte, du Huren, entbann mich. Das ist der echte Titel, kein Scheiß. Ich glaube, Julia Hude wurde gebannt und bittet in diesem Video um eine Entbannung. Ja, wir schauen mal rein. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Warum rippt das Musso laut, sonst fühlt man das nicht true. Actually true. Holy shit. Actually richtig dangerous. Bro, hat Rassismus offiziell abgeschafft. Ich distanziere mich von allem, was hier gesagt wird. Booster. Moin, Moin. Monte, was geht, kann endlich schreien. Moin. Diese Motivation. Moin, Monte, was geht, du, Paul Berger, Moin. Das Ding ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, es gibt wirklich Leute, die halt immer so Moin, Hallo, Hörschreiben und irgendwann, wenn die so merken, Bruder, ich werde einfach nicht vorgelesen, dann schreiben die einfach, du, Sohn. Dann bekommen die einen Pernball und sie so, scheiße, Bruder, genau das hat der jetzt gesehen. Trimax soll cringe sein, seine Fans. Ja. Ja. Na, selbstverständlich. Ja, ich machen muss kurz eins machen. Ja, mach mal fixen TikTok. Das ist ganz nice. Ich habe gerade den echten Trimax gefunden, einfach zu heftig. Wenn ich die Runde gewinne, kriege ich 100 Euro und ich kriege gerade 1.000 Anfragen. Lul. Moin. Sehr geil, Alter. Soll noch einer nochmal sagen, hier, ne, mit Kinder zu Hause. Ö, das ist doch Schweden. Äh, das ist doch wirklich Japan. Ne, Korea. Japan ist, weiß ich, der Punkt. Japan. Äh, die Portugal-Flagge, oder? Äh, nächste Frage. Wie viele Kontinente hat Deutschland? Ein. Also, Deutschland ist kein Kontinent, also Europa halt, ne? Deutschland hat kein Kontinent. Deutschland ist ein Kontinent. Oh no! Oh no! Ich bin ein Mann. Jungs, guckt, ich bin ein Mann. Oh shit. Einen Moment. Dem sehe ich eh nicht. Der ist da. Oh. Ha 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 ha. Und dann noch diese Feuerwerkeffekte bei Johnny Stills, Alter. Geil. Monte über Tommy. Ich muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen Nachhilfe geben, wie man im Stream zu reden hat. Monte im Stream. Mit Pistik, du. Und... Oh, guck mal da rechts. Frauen sind wie Hunde. Ich war noch nie wählen. Keine Familie und Freunde. Ich bin den ersten Platz jetzt gerade überholt. Die ziehen auch gut durch. Jetzt waren gerade die Weihnachtstage. Ich glaube, die waren über Weihnachten weg. Grüß mal, Matteo ist ein guter Freund. Über die Weihnachtstage haben wir sie bekommen, weil die anderen haben Familie und Freunde. Und wir nicht. Und deswegen konnten wir gewinnen. Pubi zu wild. Winke, winke, Pubi. Ja. Salam alaikum. Wir haben schon gesehen. Digga, ich war jetzt... Also guck mal, jetzt wäre ich gelaufen. Jetzt. Einfach gelaufen. Also guck mal, jetzt wäre ich gelaufen. Salam alaikum. Und alaikum. Und alaikum alsalaam. Muss heute schon früh aufhören. Muss noch etwas für das Studio machen. Ich nur am Zocken. Jetzt auch mal Schluss. Jetzt wird mal richtig gezockt. Hört jetzt mal auf mit Hausarbeiten. Und keine Ahnung, für euer Studium irgendwas machen. Und euch mit der Familie zu treffen. Jetzt wird einfach mal richtig gezockt. Was soll das denn? Vorsichtig. Jetzt wissen wir doch mal. Seid bloß vorsichtig. Seid bloß vorsichtig. Seid bloß vorsichtig. Seid bloß. Gastronomiebetriebe werden geschlossen. wenn mein chef mir dumm kommt weil ich mutter krank war wenn ich mutter krank will will ich mutter krank man hat es mit deiner frau gestern labe mir nicht voll gibt ihm den e-sport vertrag antizipation antizipation bitte schnell auf mein bruder bitte erhebe dich oh mein gott bro bitte 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 was ist das ist die tag der offenen tür oder was ich spreche die ganze nase macht schmack so mein armen in der feine ist janus was besser ist das digger so janus janus ja besser ist das digger wir landen an der rennstrecke die erste befehl lautet janus janus so ein respektloser kleiner hosen schreißer digger ea sports it's in the game ea sports it's in the game ea sports it's in the game auch anders nice ja also geht da gerne vorbei schaut da gerne vorbei mein partner ihr könnt ihr in der video beschreibung wer würde da nicht so ruhig belieben jetzt hast du meine hand eingeknimmt jetzt mal kurz die aufmachen faul aua es tut ein bisschen weh hier vorne meine hand ist im türrahmen hat gar nicht wehgetan kurz zum heulen digger hat wir getan nein alles gut alles gut bruder nee die war wirklich drin fand ich nicht getan gehörnig mit 50 stopp 11 monate die katzen sind übelst herzlich ich liebe sie doch okay one more trymex fan in freier wildbahn ähm die ich wollt fragen ähm ähh kommt heute noch epi ich muss um 8 uhr ins bit kommt da noch epi Und dann um und dann Kein wohl verstanden bruder was ist das sorry um dann um 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 Kommst du zu meinem Haus? Komm in Minecraft? Ja, auf jeden Fall, Bruder. Ey, auf jeden Fall, Bro. Ich werde nachher in Minecraft auf jeden Fall dein Haus abchecken. Wir sehen uns, Bro. Holt mich sofort von der Bühne. Holt mich sofort von der Bühne. Er geht von der Bühne kennen und so. Kommst du doch in mein Haus? Ja, ja, Bruder, bis gleich. Wir sehen uns gleich. Are you making tea? How come if I make tea? Er wartet immer noch. Er wartet immer noch. Bis auf diese Person, die mich anzeigen will, habe ich nie jemandem schlecht geredet. Ja, wenigstens beleidigt er niemanden, weil, ähm, ich glaube, dann wäre es sogar ein Banngrund auf Twitch. Schönen Abend noch. Ciao. Oh, no. Two Buffalo Chicken Rollers, one for Asian and one for me. Dies ist directed by. Das passt so gut, Alter. Das passt so gut. Ich nach dem Englisch-Referat. Tassos, du Huten, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Wenn du mit meiner Aussprache nicht klarkommst, dich da immer drüber lustig machst, dann verpiss dich, Alter. Meine Fresse. Wie traurig muss dein Leben sein? Ihr seid alle solche, Digga, meine Fresse. Oh, der arme Tassos. Wie lief der Sporttest? Gut, Bruder. Oh, Digga, so ein unsportlicher Typ, ne? Man braucht dringend eine Brille. Glaube, er denkt, dass es Kylo. Ja, Kylo. Ein ganz Feinchen, ne? Ja, Kylo. Oh, noch ein Kylo. Oh, ja. Ich hatte einen krassen Wespenstich. Ich habe ihn nicht ausgesaugt, keine Zwiebel benutzt, keine Zitrone draufgehalten. All das, was man machen soll, nicht gemacht. Ich habe mir dann in den offenen Stich, weil ich dachte, Alkohol hilft. Ich hatte so ein Aftershave da. Das ist so dumm, Digga. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, Bruder. Ein Wespenstich tut weh. Aber das Ding ist, er behandelt diesen Westenstich, als wäre das so eine Schnittwunde. Als hätte er, als wäre er in den Club, Digga, hätte jemand so, bam, in den Bauch gestochen. Und er so. Gib mir das Aftershave. Gib mir das hochprozentige Aftershave. Ich muss die Wunde mit Alkohol desinfizieren. Mach's auf den Stich. Alkohol drin ist. Auf den Stich gemacht. Das ist jetzt fünf Tage her. Und auf einmal habe ich hier eine übelste Infektion. Huchende wie Sohn, wenn Tim ins Zimmer kommt. Guckt euch das an, wie süchtig die alle sind. Mann, geht mal raus und hört auf, euer Scheiß. Zimmer voll zu stecken, ihr Jungs. Oh nein. Blip Mauris. Er trunken in Ketchup. Wenn sie fragt, wie groß der ist. Was, also ich, also, es ist schwer zu sagen. Ich will nicht, also, ich, ich, es halt, ich, also, ich, ich weiß, wie soll ich das sagen. Also, ich, ich glaube. Ah, alles klar, Digga. Nice, nice. Ja, wirklich sehr, sehr wilde, sehr, sehr wilde Mems. Wirklich sehr, sehr gute Mems. Heute mit den Nomis unterwegs, ey, unterwegs, ja. Ich werd angerufen von nem Bro, er fragt, was geht grad. Gibt ein Krabbe, Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später. Es ist Freitag. Heute mit den Nomis unterwegs, ey, unterwegs, ja. Ich werd angerufen von nem Bro, er fragt, was geht grad.